Hallo und herzlich willkommen meine lieben Aktienfreunde. Auf zu der neuen Aktienanalyse. Facebook vielleicht das letzte Fangschnäppchen für dein Depot, mal schauen. Es hält sich nämlich das Gerücht, dass Facebook günstig bewertet sei. Wir gehen dem Gerücht jetzt mal nach und gucken, wie viel Wahrheit da drinnen steckt. Mein Name ist Thorsten Tiet, ich betreibe die Seite aktienfinder.net, siehst du ja hier im Hintergrund. Hier geht es um das langfristige Investieren in Aktien, von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Facebook, Unternehmensvorstellungen, ich glaube die können wir relativ kurz halten. Facebook besteht im Wesentlichen aus der gleichnamigen Plattform, aus WhatsApp und Instagram. Wie verdient Facebook sein Geld? Durch Werbung und fast ausschließlich durch Werbung. Wenn du hier Facebook hast, das ist quasi meine Ansicht. So sieht es aus, wenn ich mich da einlogge. Dann hast du hier den Newsfeed und das ist ein beliebter Ort, wo Werbung geschaltet wird. Und dann gibt es das, hier siehst du dieses Sponsored. Bisschen nervöses Gezuckel hier, aber Sponsored steht da. Und dann hat derjenige dafür bezahlt, dass wir das jetzt hier sehen können. Und so kommt Geld in die Kassen von Facebook, auch auf Instagram. Hier habe ich mal so getan, als ob ich jetzt hier ein Handy wäre, damit das Ganze ein bisschen realistischer rüberkommt. Und auch da kann man dann in den Newsfeed beispielsweise Werbung einblenden. Man kann übrigens auch Posts, unangemessene Posts melden. Hier, Report inappropriate, wegen explizit Sexual Content beispielsweise. Aber ich glaube, wir lassen den Kollegen hier mal seine Bahnen ziehen. Und beschäftigen wir uns weiter mit Facebook. Wenn wir das Ganze mal jetzt angucken, da habe ich eine Watchlist gemacht, wo sich Facebook so einreiht bei den großen Fangaktien. Da sehen wir dann, dass Facebook ein bisschen abgeschlagen ist. Und das könnte auch schon den Eindruck erwecken, dass die Aktie noch ein bisschen aufzuholen hat. Und deshalb günstig bewertet sei. Also du siehst hier, Apple, Microsoft, Amazon, die haben über eine Billion Euro Marktkapitalisierung. Also sehr stolze Beträge. Facebook, also weit abgehängt mit gerade 605 Milliarden Euro quasi in die Zange genommen. von Alibaba und Tencent, von den zwei Chinesen, Alphabet irgendwo da in der Mitte drinnen. Ja, und wenn du dir Facebook auch mal so anschaust, jetzt hier in der Standardeinstellung der dynamischen Aktienbewertung, bereich den Gewinn, müssen wir mal wegmachen, dann siehst du auch, dass die Aktie jetzt irgendwie im Vergleich zu anderen Kursverläufen noch eher moderat aussieht, was die Kursgewinne so angeht. Und wenn du jetzt hier die Standardeinstellung der fairen Werte, dann sieht die Aktie doch günstig beziehungsweise sogar unterbewertet aus. Also auch das deutet darauf hin, dass Facebook günstig vielleicht sogar ein Schnäppchen ist. Aber ich habe euch versprochen, wir gehen dem Ganzen etwas näher auf den Grund. Dafür müssen wir in den Qualitätscheck reingehen. Wir können uns aber gerne auch mal hier für die Einstimmung andere Aktienkurse angucken. Und da siehst du einfach mal hier die schwarze Linie, dass es doch deutlich anders aussieht. Also hier die Anstiege sind ja schon exorbitant bei Apple. Auch bei Microsoft sieht es ähnlich aus. Da haben wir dann ganz stark steigende Kurse. Und bei Amazon, da haben wir doch auch ordentliche Kursgewinne. Da müssen wir für die Skalierung mal ein bisschen was wegmachen. Vor allem den hier. Und dann skaliert das Ganze auch noch etwas besser. Da siehst du hier auch die hohen Kursgewinne innerhalb jetzt kürzester Zeit. Zwischen März, also zum Tiefpunkt der Corona-Krise. Und heute haben wir einfach mal wie viel Kursgewinne? Ja, 75, 76 Prozent. Also das ist schon alles sehr ordentlich hier. Und da kann Facebook eben nicht mithalten. Ja, bevor wir jetzt in Mitleid ausbrechen, beziehungsweise die Gier überhand nimmt und wir auf den Kauf-Button drücken, gucken wir uns das Ganze nochmal ein bisschen genauer an. Und da sehen wir den Gewinn pro Aktie. Und interessant, also erstmal positiv, alles grün, nichts rot. Und auffallend tut jedenfalls mir diese Phase hier, wo der Gewinn pro Aktie sehr stark angestiegen ist. Hier habe ich nur noch so manuelle Bereinigungen drin, Steuerreform und Legal Expense von irgendwas. Weiß ich gerade nicht, was es war. Und da haben wir eine zweite Phase der Stagnation hier. Zwischen, also die Phase der stark anziehenden Gewinne war zwischen, also gute Geschäftsjahre waren 2016, 2017 bis einschließlich 2018 noch, würde ich sagen, aber da schon abgeschwächt. Und dann haben wir hier von 2019 und 2020, also diese zwei Geschäftsjahre, wobei 2020 natürlich noch nicht zu Ende ist, haben wir hier sogar leicht rückläufige Gewinne. Und wir sind natürlich hier, das ist die Gegenwart. Und wenn wir rückläufige oder stagnierende Gewinne haben, dann ist jetzt vielleicht schon ganz klar, dass die Aktie nicht so hoch bewertet wird vom Markt, als andere Aktien, beispielsweise Microsoft oder Amazon, deren Gewinne dynamisch anziehen. Jetzt ist aber die Frage, warum ist es jetzt eigentlich so, dass die Gewinne hier stagnieren, während die hier noch kurz vorher förmlich explodiert sind, weil, bzw. insbesondere, weil ja die Umsätze eigentlich auch nicht so schlecht aussehen. Wir haben hier auch eine Stagnationsphase, aber nur innerhalb eines Jahres. Das hier ist ein Jahr, also nicht irritieren lassen, dass hier noch was dazwischen ist. Das ist quasi ein Zwischenstand. Das täuscht optisch ein bisschen. Aber wir haben hier das Geschäftsjahr doch 2019. Da sind die Umsätze noch stark gestiegen hier, von 2018 auf 2019. Und hier dann 2020. Da haben wir dann fast stagnierende Umsätze. Na ja, fast stagnierend ist gut. Also knapp 10 Prozent. Immer noch zugelegt, aber im Vergleich zu vorher deutlich niedrigeres Umsatzwachstum. Jetzt halt ganz interessant auch, wir haben also rückläufige Gewinne. Wenn man vergleicht, Geschäftsjahr 2018 und 2020, also 2018, 7,57, 2020, Schätzung 7,37. Also 20 USern soll der Gewinn pro Aktie rückläufig sein. Während die Umsätze ja steigen von 56 Milliarden im gleichen Zeitraum auf 78 Milliarden. Ich habe mal kurz den Taschenrechner bemüht vor dem Video, sind irgendwie um 37 Prozent oder so Umsatzwachstum gewesen. Hat aber nicht geholfen, den Gewinn pro Aktie zu befördern. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wie sieht denn das aus? In der gleichen Zeit hat Facebook sogar noch Aktien zurückgekauft. Hier 2018, 20,90. Und dadurch den Gewinn pro Aktie sogar noch gesteigert künstlich. 10 Cent, also 9 Cent, 12 Cent, also 21 Cent. Hier auch nochmal 22 Cent. Das heißt eigentlich der Gewinn pro Aktie rückgang wäre nochmal deutlicher. Dann wären wir hier ungefähr bei 7,17 irgendwas US-Dollar anstatt 7,37. Also der Rückgang wäre noch etwas deutlicher ohne Aktienrückkäufe. Bleibt also die Frage noch umzudrängen, wie kann es sein, dass bei einem Umsatzwachstum von 37 Prozent der Gewinn pro Aktie hier nicht steigt, sondern fällt, trotz Aktienrückkäufe. Und die Antwort kennst du vielleicht schon, je nachdem wie tief du in der Fundamentalanalyse drinsteckst, weil es kann nur eine Antwort geben, die Margen sinken. Das heißt, pro Dollar Umsatz bleibt weniger in der Kasse, bleibt weniger Gewinn übrig. Und das Ganze sehen wir dann entsprechend hier bestätigt. Die operative Marge gerät unter die Räder. Die ist nämlich gestiegen die letzten Jahre, also bis einschließlich 2017 Geschäftsjahr ist die gestiegen, bis auf 50 Prozent. Und dann haben wir eben dynamisch steigende Umsätze gehabt. Und die Umsätze waren quasi mehr wert, weil mir hängen geblieben ist. Dann haben wir hier schön steigende Gewinne. Und jetzt plötzlich haben wir eine rückläufige Entwicklung von knapp 50 Prozent operative Marge, fällt es auf aktuell unter 40 Prozent, bis auf ungefähr 33 Prozent laut Prognose. Das ist schon recht deutlich. Es sind halt 20 Prozent, nicht ganz, aber knapp 20 Prozent Umsatz, nicht Umsatzrückgang, sondern Rückgang der operativen Marge. Und jetzt natürlich die Frage, was ist da los? Wenn du das nicht wüsstest, könnte das erstmal alarmierend sein. Das könnte zum Beispiel sein, dass Facebook die Preise senken muss, um die Anzeigen noch platziert zu bekommen, zu verkaufen sozusagen. Das könnte wieder ein Signal sein, dass die Plattform unattraktiver wird für Werbentreibende. Aber dem ist nicht so. Das Problem bei Facebook, und das hatte ich auch mal hier geschrieben gehabt, in einem Artikel, den ich im Sommer 2018, schon zwei Jahre her, veröffentlicht hatte, nach dem Cambridge Analytica Skandal. Hier habe ich das Ganze. War ja ein Datenskandal. Und jetzt muss man wissen, es hat sehr hohe Wellen geschlagen. Und die Risiken, denen sich Facebook ausgesetzt sieht, das Unternehmen, die sind ernst zu nehmen. Und zwar sind das politische und soziale Risiken in erster Linie. Soziale Risiken könnten zu Boykotten führen, beispielsweise, oder die Benutzer könnten abwandern, oder Unternehmen könnten Facebook als Werbeplattform boykottieren, was ja auch vor kurzem passiert ist. Proctor & Gamble beispielsweise, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß den Hashtag nicht mehr, mit dem wir da geworben haben. Aber das ist jetzt auch nicht so wichtig. Wir haben politische Risiken. Das heißt, es könnte dazu führen, dass Strafzahlungen fällig werden von Facebook oder im schlimmsten Fall sogar, dass Facebook zerschlagen wird, wenn die Politik meint, dass es denn so besser sei. Also muss das Management versuchen, diese Risiken zu vermeiden, beziehungsweise zu minimieren, indem Besserung gelobt wird. Das heißt, man nimmt die Dinge mehr ernst. Man investiert dann hier in Datensicherheit, Datentransparenz und Datenkontrolle. Und gerade hier Datenkontrolle auch, das ist etwas sehr Manuelles, wo echt Leute auch dann diese Posts lesen müssen, was nicht immer Spaß machen wird. Und deshalb werden auch viele neue Mitarbeiter eingestellt. Zigtausende, die Anzahl der neuen Facebook-Mitarbeiter, die Belegschaft wächst irgendwo zwischen 30 und 40 Prozent von Jahr zu Jahr. Das kostet natürlich massiv Geld. Und das zerrt wiederum an den Margen. Und das sehen wir dann eben entsprechend hier. Und hier an sinken Gewinn, beziehungsweise stagnierenden Gewinn. Und sehen wir dann auch entsprechend am Aktienkurs, der eben nicht so steigt, wie die Kurse der anderen Aktien. Das heißt, die Facebook-Aktien wird dann halt mit niedrigeren Multiples, also KGV beispielsweise, aber auch Kurs-Umsatz-Verhältnis oder Kurs-Cash-Flow-Verhältnis, Kurs-Buchwert-Verhältnis, alles was du willst, überall halt, wo der Kurs drin steckt, bewertet. Im Vergleich zu anderen Unternehmen. Jetzt ist es übrigens auch so, in Bezug auf Corona, es gibt Unternehmen, die explizit von Corona profitieren, weil beispielsweise mehr Homeoffice gemacht wird, dann steigt der Kommunikationsbedarf online. TeamViewer, Cedric Systems, das sind beispielsweise Unternehmen, die ganz klar von, ja, dem künstlichen Pusher-Digitalisierung profitieren, aber auch Amazon, wenn mehr online bestellt wird. Facebook hingegen profitiert nicht. Für Facebook ist die, die haben zwar einen zusätzlichen Corona-Traffic, und das siehst du jetzt auch hier, in diesem Excel, hier gibt es die Daily Active Users, also die täglich auf Facebook, und hier ist echt nur die Facebook-Plattform gemeint, anwesenden Benutzer. Du siehst, dass langfristig sinkt das, das ist hier die rot gestrichelte Linie. Es ist immer noch ein positives Wachstum da, aber es sinkt. Und dann, hier im letzten Quartal, also im ersten Quartal 2020, da steigt plötzlich wieder die Anzahl der täglich auf Facebook aktiven Benutzer drastisch an. Und das ist eben wegen Corona, weil die Leute halt zu Hause geblieben sind, und sich austauschen wollten, und dann sind sie natürlich vom Computer gesessen und haben sich mit Facebook vergnügt. Davon kann Facebook oder konnte Facebook aber nicht profitieren. Man könnte jetzt der Meinung sein, dass das sich irgendwie niederschlägt in starken Umsätzen. Dem ist nicht so. Ich habe hier das Umsatzwachstum, auch von Quartal zu Quartal, und wir haben jetzt einen Rekord-Umsatzeinbruch, wenn man so will, im letzten Quartal gehabt, im Corona-Quartal. Im ersten Quartal 2020, da ist der Umsatz zurückgegangen um irgendwo 16% knapp. Umsatzrückgänge sind erstmal nicht dramatisch, die gehören dazu bei Facebook, denn das erste Quartal ist immer ein schlechtes Quartal. Das beste Quartal ist immer das Weihnachtsquartal. Du erkennst ja hier ganz klar das saisonale Muster. Das zweite Quartal ist schon relativ gut, das dritte Quartal ist wieder etwas schlechter. Dann kommt das Weihnachtsquartal, das ist super, und dann ist der Umsatz wieder rückläufig im ersten Quartal des Jahres. Aber er war noch nie so stark rückläufig wie jetzt während Corona, obwohl eben die Anzahl der Benutzer stark zugenommen hat. Das hat sich aber halt nicht in Umsätzen wiedergespiegelt, weil die Unternehmen, die ja notleidend gewesen sind, also viele jedenfalls, aufgrund der Corona-Krise, die Werbeausgaben gesenkt haben. Und das ist natürlich für Facebook ein Problem. Und das siehst du ja auch da hier, die blaue Linie, dass der Umsatz dann zurückgegangen ist. Insofern Facebook eben kein Profiteur der Corona-Krise. Und das unterscheidet Facebook ganz deutlich von anderen Schwergewichten. Wie jetzt auch Microsoft und Amazon, die wir gerade eben gesehen haben. Ja, mit dem Wissen ausgestattet, können wir jetzt wieder hier in die dynamische Aktienbewertung gehen. Den bereitigten Gewinn können wir ausblenden, weil der bringt nichts. Dividende können wir drin lassen, stört nicht, weil da gibt es ja keiner. Und wenn du jetzt hier auf die Multiples schaust, KGV insbesondere, dann siehst du ja, dass Facebook hier hoch bewertet war mit KGVs um die 60. Dann siehst du hier plötzlich rückläufig 33, 25. Und dann zwischen 20 und 25 dann plötzlich nur noch Wert und jetzt wieder leicht gestiegen. Aber du siehst, dass es im Prinzip hier eine Periode gab, wo die Facebook-Aktie sehr hoch bewertet war, gefolgt von einer Periode, wo sich die Bewertung annähernd halbiert hat. Und das hat eben mit den sinkenden Margen zu tun, deren Ursache ich gerade eben versucht habe zu erklären. Und das heißt aber jetzt auch, dass die dynamische Aktienbewertung über den kompletten Zeitraum nicht realistisch ist. Wir müssen den Zeitraum kürzen. Wir müssen jetzt also den charakteristischen Bewertungszeitraum des Unternehmens aussuchen und da dann die Durchschnittsmultiples zu berechnen, damit die Berechnung des Fernwerts auch tatsächlich realistisch ist. Und da würde ich jetzt hier ab dem Geschäftsjahr 2017 die Ergebnisse hier nehmen. Und dann siehst du plötzlich, dass sich die ganze Geschichte hier dramatisch ändert. Gerade eben war Facebook noch tendenziell unterbewertet, jetzt sind sie plötzlich überbewertet. Und das halte ich für deutlich realistischer. Und wenn wir uns das Ganze jetzt noch mal ein bisschen dann näher reinzoomen und angucken, dann siehst du eben, dass im Prinzip ja Facebook jetzt leicht überbewertet scheint. Wir haben hier jetzt eben auf, basierend auf den Prognosen des laufenden Geschäftsjahres noch mit stagnierenden Umsätzen und sogar sinkenden operativen Cashflows zu rechnen, dann wäre der faire Wert hier irgendwo zwischen 175 und 95 US-Dollar. Die Aktie kostet aber 240 US-Dollar. Und jetzt geht es weiter. Also wenn wir in die Zukunft blicken, da siehst du ja, dass der faire Wert anziehen soll. Warum ist das so? Weil die Margen laut Prognosen bald ihren Tiefpunkt erreichen werden und dann tritt eine Stabilisierung ein. Und ab diesem Zeitpunkt, wenn diese Stabilisierung der operativen Margen eintritt, ab dem Zeitpunkt werden auch steigende Umsätze wieder als Wert. Vorher sind die ja aufgezehrt worden durch die sinkenden Umsätze, durch die sinkenden Margen und jetzt würde dann wieder Umsatzwachstum, also es wäre, man rechnet dann auch damit, dass die Umsätze wieder stärker anziehen, weil momentan leiden sie auch durch Corona, habe ich gerade gezeigt und dann sogar leicht steigende Margen, dann sollte dann auch in Folge der Gewinn wieder stark anziehen. Das sehen wir dann eben entsprechend auch hier, dann steigen dann auch wieder die fairen Werte an. Also du siehst auch hier in der Grafik, hier siehst du das auch, dass die dann in der Aktienbewertung siehst du das auch, dass dann Gewinne steigen. Und wenn es so kommt und es ist ein positives Szenario, weil wir wissen nicht, wie lange Corona hier noch wüten wird, das ist ein positives Szenario und wenn das erreicht wird, dann würde der faire Wert quasi in den Aktienkurs, in den aktuellen Aktienkurs hineinwachsen und wenn es dann noch weiterhin positiv läuft, dann würde die Aktie auch unterbewertet werden. Dann gibt es, hier gibt es in interessanter Weise eine relativ große Spreizung zwischen den Prognosen Cashflow und zwischen dem bilanzierten Gewinn, dann lege der faire Wert irgendwo zwischen 260 und 320 US-Dollar. Dann hätten wir eben die Unterbewertung, wenn wir hier mal an der niedrigeren Spanne sind, hätten wir dann aufs Jahr eine Rendite von 3,2% beim Positiv-Szenario. Das ist jetzt nicht so extrem viel, würde ich jetzt mal sagen. und spricht eigentlich eher gegen einen Kauf der Facebook-Aktie. Obwohl sie also auf den ersten Blick unterbewertet scheint, kann man schon gut argumentieren, dass die Aktie eigentlich überbewertet ist und dass man gar nicht so viel an Rendite zu erwarten hat, wenigstens jetzt mittelfristig, wenn man sich die Facebook-Aktie ins Depot holt. Ja, worauf ich jetzt nicht eingegangen bin, sind neue Geschäftsfelder, das hat The European View hier gemacht, der für uns auf dem Aktienfinder-Blog Aktienanalysen veröffentlicht, netterweise. Er hat noch einiges mehr geschrieben, also das war jetzt im Prinzip meine Sicht der Dinge, die sich viel deckt, aber er hat auch noch andere Dinge beleuchtet. Kannst du dir gerne noch lesen, die Aktienanalyse, lade ich dich herzlich zu ein und dann denke ich, kriegst du nochmal ein runderes Bild von der ganzen Geschichte. Gut, das war meine Meinung zur Facebook-Aktie. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.